Jo, hey Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einer Folge Mein Einkauf vom 22.05.2020. Ja, mal wieder eine Einkaufsfolge. Ich habe mal wieder heute massig übertrieben mit dem Einkauf und ich habe insgesamt 68 Euro für diesen Einkauf gegeben. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt mal an. Mit dem ersten hier, also ich muss wirklich mit dem Eis anfangen. Ich habe mir Eis gekauft, Krimissimo Nogachok. Ist das nicht das, was ich wollte? Weil es gab nochmal so ein anderes Schokoladeneis von Krimissimo, also von Lanesi. Ich mag irgendwie das teure Eis auf jeden Fall besser als dieses Billigfuse da. Keine Ahnung, ich habe mir auf jeden Fall hier Nogachok geholt. Mal gucken, wie das schmeckt. Ich habe Nogachok schon öfters mal als Kind gegessen, aber mal gucken. Mal gucken, ich will noch nicht vorurteilen. Ich kann euch auf jeden Fall auf den Haufen enthalten, wie das hier schmecken wird. Wenn ihr darauf Lust habt, überhaupt natürlich. So, ich bin dann mal kurz das Eis wegbringen. Wieder da. Ja, da habe ich mir zweimal Sixpack Wasser geholt. Ein Sixpack Saskia Stittelswasser. Was ich normalerweise immer trinke, weil ich mag halt einfach kein Sprudelwasser. Also das ist halt einfach faktisch. Ich mag es halt einfach nicht, wenn mein Magen sich so aufbläht. Und, keine Ahnung, man trinkt einen Schluck Kohlensäurewasser und dann kriegst du die ganze Zeit aufstoßen, ey. Naja, egal. So, dann fangen wir hier weiter an mit Crownfields Schoko Shales. 750 Gramm. Die habe ich letztes Mal von Aldi ausprobiert. Ich muss zugeben, die haben mir sehr, sehr gut geschmeckt. Ich hoffe mal, dass die hier von Nidl auch ganz gut schmecken werden. Sehr, sehr schokoladig erwarte ich auf jeden Fall hier das Paradies. Mal schauen, mal schauen. Schokolade, wie gesagt, ich kann mich gerne wiederholen. Schokolade ist für mich echt einer meiner Grundnahrungsmittel geworden. Weiß ich nicht. Schokolade macht mich einfach immer glücklich, müsst ihr verstehen. So, dann habe ich mir hier die Nougat Pilos geholt. Also die Nougat, ähm, Nougat Witz. Sie heißen hier Nougat Pilos. Heißt das Witz auch? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe die in den Namen geändert, aber egal. Ich habe mir auf jeden Fall hier auch mal 750 Gramm geholt. Ich habe die ja letztes Mal von Oreo, also von diesem Neo-Fake-Ding da ausprobiert. Also diese Fake-Oreo-Cornflakes. Die haben jetzt nicht so ganz gut geschmeckt. Also würde ich euch die auf jeden Fall nicht empfehlen. Klingt natürlich auch auf den Geschmack an, aber ich finde, weißt du, die sind, die haben sehr pappig geschmeckt. Und ich mag halt Kornflakes nicht, die so pappig schmecken, weißt du. Naja, ganz empfindlicher Mensch und ganz komischer Mensch, weiß ich bin ich, ich weiß. So, da habe ich mir dann Hähnchen geschnetzeltes von Landjunker geholt. Würde ich mal auf jeden Fall Pommes dazu machen oder generell einfach, weiß ich nicht. Man macht sich das auf den Toast und macht dann Ketchup drauf und jetzt kann man das auch natürlich so essen. Also so Hähnchen geschnetzelt, das ist immer sehr, sehr gut im Haus zu haben. Ja, 400 Gramm müsste ich auch auf jeden Fall gleich schnell in den Kühlschrank tun. Ich habe wirklich viele Sachen, die gefroren sind auch und die müssen halt unbedingt irgendwann in die Füllung. Dann habe ich mir Süßkartoffelkommes geholt von Habesgras. Ich wollte die unbedingt auch mal so in der Fruteuse auszureden, weil ich habe jetzt neuerdings eine Fruteuse. Ich mache die jetzt nicht mehr im Backofen. Und ja, mal schauen, wie sie aus der Fruteuse mit bei mir schmecken. Bin ich mal ganz gespannt. Werde ich mir vielleicht in den nächsten Tagen auf jeden Fall mal machen. Und dann, vielleicht kann ich dann auch hier auch das Hähnchen geschnetzeltes dazu essen. Und 500 Gramm ist jetzt nicht so viel, oder? Sind das 500 Gramm? Aber das sind Süßkartoffelkommes, die sind halt immer teurer und weniger drin. Also, die verdienen ich schon ordentlich, die Industrie, denke ich mal. So, oh Mann, eigentlich wollte ich mir das bis zum Schluss aufmachen, aber... War es das? Ja. Ich habe mir... So. Nein, ihr könnt mich ruhig auslachen. Ich scheiß drauf. Also, ich habe mir dreimal Flammkuchen geholt von Dr. Götzger, weil das gerade alles im Angebot ist, habe ich einfach auch noch zugeschlagen bei der Restaurantin Pizza Salami. Ja, ich habe wirklich viel, viel aus dem Angebot heute eingekauft. Wie gesagt, 68 Euro habe ich dafür ausgegeben. Aber da war was billiger, da war was billiger, da, da, da. Ich konnte einfach nicht sein lassen und habe alles in den Korb reingeschwissen, ey. Unfassbar. Aber jeder weiß, glaube ich, schon, was ich zu Flammkuchen und Pizza gesagt habe. Ich mag halt nur Pizza Salami. Ich bin halt einfach der Standardesser von der Pizza. Und Flammkuchen, ja, ist schon eine alte Kindheit gewesen da hier. So, natürlich auch wieder ein gesundes... Oh, ein Kissenfett schon runter. Der ist Kissenfett auch schon in Ohnmacht. Hat man das gesehen? Was gab denn? Habe ich mir, ja, genau, gesundes Pommes geholt. Ne, auf jeden Fall habe ich mir auch mal Pommes geholt. Von Harrespass. Das ist eine normale Pommes, falls die Süßkappen von Pommes nicht reichen sollten. Und ich habe auch für drei, vier Wochen schon eingekauft wieder. Also, keine Sorge, Leute. Das werde ich jetzt nicht alles in einer Woche geputzen. Also, ich bin schon einer, der ein bisschen auf seine Figur achtet. Guck mal, was für schlanke Beine ich habe. Sieht man das in der Kamera? Ja. Kommt ein bisschen dick rüber. Aber ich bin wirklich schon eine schlanke Saison, Leute. Das glaubt ihr mir. Hoffentlich mal. So, da habe ich mir Eisbergsalat, Rohkostmix, gewascht und sofort verzehrfertig geholt. In 150 Gramm. Ein bisschen Salat für die gesunde Ernährung tut auch gut. Da habe ich mir auf jeden Fall noch Jogodressing geholt. Das ist ja der Dato-Siegen. Ja, ich habe hier echt nur ein bisschen wenig Ordnung. Aber ich zeige euch gleich noch. Dann habe ich mir Gouda Jung geholt, gerieben. Wie gesagt, Leute, ich habe hier alles ein bisschen durcheinander. Ich habe mir Gouda Jung gerieben geholt, weil ich mir wieder Pizza machen wollte. Selbstgemachte auch wieder. Der Pizza-Kombi habe ich mir auch geholt, wieder von Lidl. Und dann habe ich mir endlich mal, endlich habe ich dran gedacht, endlich. Habe ich mir mal Eier geholt, Leute. Eier. Jetzt kann ich endlich mal ein geiles Frühstück haben. Ich wollte mal gerne wieder Rührei essen, Spiegelei. Was weiß ich, der Geier, Arme Ritter. Und dann wollte ich auch mal wieder machen mit Toast. Und dann macht man da so Ei rein. Und dann dreht man das in der Pfanne fertig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Schmeckt übelst lecker. Kann ich dazu empfehlen, auch noch Ketchup zu essen. Ja. Eier auf jeden Fall geholt. Dann habe ich mir eins, zwei, dreimal Spaghetti-Go-Gold von Cobino. Aber leider sind das die billigen. Ich wollte eigentlich die teuren Barella-Nudeln haben, weil ich weiß auch nicht, die schmecken mir deutlich besser als diese billig-Hartbeizen-Gries-Da, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich mir drei Mal Nudeln geholt, für Spaghetti-Carbonara oder Bolognese, was ich immer wieder machen wollte. Hackfleisch habe ich auch noch in der Tiefkühl-Truhe, da können wir auf jeden Fall heute vielleicht mal Bolognese machen. Ich muss mal schauen. Dann habe ich mir Schinken geholt, für die Carbonara, delikates Kochschinken und einmal Salami für die Pizza. Ich mache heute alles ein bisschen Schnelldurchgang, Leute, weil ich wollte jetzt wirklich auch alles langsam in die Kühlkultur tun, weil es ist schon alles echt lange draußen und möchte, dass es alles so matschig wird. So, dann habe ich mir Kräuterbaguette von Chef Select geholt, mit Kräuterunterfüllung. Die ist geil auch, wird auf jeden Fall gleich in die Tiefkultur auch kommen. Das Lustige ist, ich muss mir noch kurz eine kleine Story erzählen. Und zwar gab es die einzeln auch zu kaufen, so im Kühlregal, und da gab es die in Kombi-Packung im TK-Regal, also dann im Kühlkühl. Einzelne sind die billiger als zusammen in einer Packung, das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, 10, 20 Cent billiger. Ich weiß nicht, ob die dumm sind, also es ist halt einfach genau das gleiche, genau das gleiche Kräuterbaguette, gleiche Firma und so weiter. Und man verlangt einfach mal 10 Cent mehr, ne? Muss man nicht verstehen. 10, 20? Irgendwas war da, 10 oder 20 Cent. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ja, verrückte Leute auf jeden Fall, die da die Preise ausmachen. Und dann habe ich mir von Chef Select Focacia Mozzarella und Kräuter geholt. Und ist halt so ein Kräuter, Mozzarella, ähm, was ist das? Wie kann man das? Ja, ist halt so ein Gebäck halt auch, ne? Aber es schmeckt halt voll nach Kräuter und Mozzarella halt, ne? Aber so schmeckt. Das habe ich letztes Mal ausprobiert und fand ich übelst geil. Das habe ich mir mal außerhalb der Kamera geholt. Ja, ähm, kann ich nur empfehlen. Könnt ihr auch mal ausprobieren. Also falls ihr so für den Grillabend ist, ist das wahrscheinlich auch super geeignet. Genauso wie dieses Kräuterbaguette, ne? Da eignet es sich mal perfekt zum Grillen. Aber leider habe ich hier noch keinen Grill. Werde ich mir auf jeden Fall nächster Zeit in der Zukunft mal anschaffen. Vielleicht können wir ja dann zusammen mal grillen draußen. Oder habt ihr mal Bock auf ein Grillvideo mit mir? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin da sehr, sehr, ähm, sehr, sehr offen bei sowas, weißt du? Ähm, ich zeige euch ja schon mal Einkauf hier. Das ist ja schon ziemlich verrückt, was ich hier wieder eingekauft habe. Ich weiß, aber... Nun ja. Äh, original italienische Fossilie habe ich mir auch noch vom Roll von Combino. Ähm, falls die Spagette nicht reichen sollte. Weißt du, immer was im Vorrat kam, so denke ich, wäre es halt in der Reise. Ist genauso wie mit den, ähm... Ähm, Pommes hier. Genau, mit den Pommes, was ich gemacht habe hier. Die Süßkartoffelpommes und die normalen Pommes. So, dann ist ja eben auch die erste, äh, Tüte leer. Ich habe mir die Tüte auch hier gekauft. Gehört auch zum eigenen Mein-Einkauf. Die habe ich mir heute gekauft, weil die eine Tüte nicht mehr ausgereicht hat. Ich weiß auch nicht, ich bin einer, der zwei Tüten braucht beim Einkaufen. Ist ganz schön verrückt, ne? So, dann haben wir noch eine Riesentüte hier. Äh, äh... So, dann habe ich mir Milchbrötchen geholt von, äh, John-Pierre. Die habe ich schon mal gehabt und fand mich eigentlich übelst geil. Da kann man auch super gut zum Frühstückswerken. Muss ich nur darauf aufpassen, dass die nicht so schnell ablaufen, ey. Weil meine letzten Milchbrötchen sind leider abgelaufen, ey. Da habe ich wieder zu viel eingekauft, ich weiß. Ja, da passiert das halt auch manchmal besser, dass dann Sachen auch ab und ab und ab. Gut, dann habe ich mir von Captain Iglo, der Captain war wieder am Start, hier mit seinen Fischstäbchen. Die habe ich mir auf jeden Fall geholt. Die teuren deswegen, weil die im Angebot waren und gleichzeitig war der mehr drin. Ähm, ja, war übelst billig. Und, äh, Captain Iglo Fischstäbchen hat meine Mutter mal gekauft. Hat auf jeden Fall die billigen eingekauft. Äh, ich hoffe mal, die kann man im Backofen machen. Ja, im Backofen. Wo würden die die machen, Leute? Im Backofen oder der Pfanne? Ich weiß auch nicht. In der Pfanne sind die meistens immer so bei mir angebraten. Also es ist schwarz schon fast, ey. Deswegen macht sie hier eher im Backofen, weil ich da nichts zu verlieren habe. Muss ich mal gucken, also ob ich die vielleicht auch mal an der Pfanne wieder mache. Vielleicht bin ich auch einer, der nicht auf die Temperatur achtet, weiß man. Der einfach so sagt, ja, auf neun und dann schön hier so, äh, zehn Minuten lang und dann wundern, warum die schwarz sind, ne. Kann natürlich auch sagen. Muss ich mal gucken, vielleicht versuche ich mich da nochmal ran. Schon wieder so krass, was ich hier alles auf dem Tisch liegen habe, ne. Dann habe ich mir Pfanne frisch, Chips frisch, Ungarisch geholt. Ähm, kann ich nur empfehlen. Die Teuerhauten schmecken halt besser als die Billigen. Ist halt so Fakt und, ähm, ja. Ich weiß halt nicht, wie die das hinbekommen, weißt du. Da steht ja auch, oft kopiert, nie erreicht, ne. Und dann denke ich mir so, boah, was seid ihr denn für ein Waschlappen? Industrie, ganz ehrlich, die billige Industrie. Warum schafft ihr es nicht, sowas zu faken, sowas ordentliches zu faken? Naja, wahrscheinlich liegt das auch an den Kartoffeln, die die verwenden, ne. Für die Chips. Ja, keine Ahnung. So, dann habe ich mir, äh, von Kraftschafter sechs Brunchmixbrötchen geholt. Ich bin halt einer, der kaum zum Bicker geht morgens. Und, ähm, habe ich sonst nie gemacht. Auch vielleicht vor der Arbeit mal irgendwie ein Pausenbrötchen geholt und so weiter. Aber sonst, ähm, ja, greife ich halt immer so zu den Aufbackbrötchen zurück. Und das schmeckt, schmeckt das schon wirklich gut, muss man sagen. Also, äh, kommt schon nah an Leckerqualität dran. Also, ich habe ja Erfahrung, ich backe ihn auch sehr, sehr gerne, ne. Also, falls ihr es noch nicht wusstet. So, dann habe ich, ja, stimmt, den Salatdressing hier, ne, für meinen, ähm, 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 äh, für meinen Salat hier, den habe ich hier auch gekauft. Von Chef Select for You. 250 Milliliter. Ich hoffe mal, dass ich, ah, ich denke mal schon, dass ich die ganze Tuba... Aber ich will halt keine Reste haben, weißt, ich will halt nicht, dass der Schuh dann irgendwie, äh, Wettbewerb von mir. So, mal gucken. Äh, blablabla, blablabla. So, dann habe ich mir... Boah, Digga, das ist halt kaum in Ordnung. Äh, dann habe ich mir fünf Hörnchen gefüllt mit einem Suga-Kring geholt von John Pia. Ähm, ja, Milchbrötchen genauso wie Schoko-Hörnchen sind halt alte Kindheit bei mir. Und sowas habe ich immer halt gerne zum Kindergarten mitgenommen oder halt zur Grundschule. Und habe meine Mutter immer hier schön eingesteckt. Äh, also es war auf jeden Fall eine gesunde Ernährung, ne? Also Leute haben da irgendwie ihre Tomaten gehabt und so in der Brotdose. Und ich habe dann so meine Schuhörnchen gehabt. Na ja, äh, dann habe ich mir von Landjunker geschnitzeltes Gyros geholt. Mal wieder Gyros, ey. Ähm, übelst geil. Mal schauen, mal schauen. Äh, werde ich mir garantiert das zu wieder Pommes machen. Aber er wird natürlich auch eingefroren und somit kann ich das dann die nächsten Wochen auf jeden Fall irgendwann mal verbrauchen. Wie gesagt, das ist ja hier für zwei, drei Wochen oder vier Wochen, mal schauen. Eingekauft hier alles. Ähm, dann habe ich mir, naja, normalerweise trinke ich sowas gar nicht mehr, habe ich mir Rockstar Energy Drink geholt. Äh, deswegen, weil es im Angebot war und ich dachte mir so, ja, für, für die schlimmen Nächte, weißt du, wenn du schon so müde bist, äh, wenn du Rocket League schön durchsuchten musst, kaufst du dir auf jeden Fall zwei Energy Drinks, ähm, auf jeden Fall auf jeden Fall gewappnet. So, da für den nächsten Besuch mal schauen, falls der irgendwie schlapp machen sollte, dann gönnen wir uns beide einen Energy Drink. Äh, so, das pack ich auf jeden Fall erstmal weg. So, wir kommen langsam zum Ende an, Leute. Ist nicht mehr so viel. Dann habe ich mir Prinzenrolle von dem Beugler geholt. Ein auch alte Kindheit von mir und, äh, ich habe mir jetzt auf jeden Fall mal die Tollbaut gekauft, weil sie auch im Angebot gewesen ist. Es ist halt alles, alles teure, was ich hier fast gekauft habe, alles im Angebot, Leute, muss man sich mal vorstellen. Nun ja, äh, dann habe ich mir Fleischsalat von Chef Select geholt wieder, diese geräucherte, geräucherte Fleischsalat mit feinem Raucharoma. Ähm, schmeckt halt übelst geil und, ähm, halt die kleine Rumpackung von Fleischsalat, die gefallen mir auch sehr, sehr gut. Habe ich ja wohl, glaube ich, schon mal erwähnt. Ähm, äh, jetzt kommt was, ne? Jetzt kommt was. Boah, Leute, macht die Augen zu, macht die Augen zu. Habt ihr schon gesehen, Henkel? Ich weiß nicht. Macht die Augen zu. Habt ihr die Augen zu? Okay, Augen auf. Einmal Oreo und einmal Daim in Joghurt, alter, mit Joghurt. Das ist ja übelst geil und Oreo bin ich sowieso schon ein riesen Fan von und Daim ist, glaube ich, so was Karamellartiges, ne? Ein Karamelljoghurt, ja, das kann ich mir auch schon ganz gut geben, denke ich mal. Ähm, auf jeden Fall würde ich das gerne mal ausprobieren. Ich hab das, glaube ich, mal vor kurzem mal gegessen, da hat's nicht mehr so ganz in der Rung, wie der Geschmack war und dann will ich's auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Das war auch ein Angebot hier bei mir, irgendwie bei 79 Cent oder so, ich weiß halt nicht. Äh, ja, Kassenbombe, wie gesagt, hat gesagt, 68 Euro hab ich für alles ausgegeben. Ähm, ich wiederhol mich, glaube ich, gerade ein bisschen auch, aber ich hoffe, das stört mich. So, äh, da hab ich mir Alpenvollmilchschokolade geholt. Also einmal hier die Vollmilchschokolade hier und einmal die Haselnuss von, ähm, Finn Kager, das ist die Billig, ähm, Billigmarke von Lidl oder die Scountermarke, wie man sie auch nennen sollte. Ähm, ja, Schokolade halt, äh, macht mich halt glücklich und, ähm, ja, so zwischendurch rein snacken, so eine ganze Tafel geht auf jeden Fall wahnsinnig nur 100 Gramm. Also das ist halt nicht die Welt. 56 Gramm Zucker, Alter, Wahnsinn. Ja, in der billigen Schokolade ist halt meistens immer mehr Zucker drin, falls ihr das nicht wusstet, weil der Kakaoanteil halt niedriger ist, muss da halt mehr Zucker rein. Und, ähm, ja, keine Ahnung, wenn der Kakaoanteil halt niedriger ist, ist halt auch so, dass es billiger ist, ne, falls ihr das noch nicht wusstet. Immer auch schön auf den Kakaoanteil achten, also solche Sachen. Und dann könnt ihr halt von rausgehen. Also ich mag halt auch lieber Zartbitter, aber ich hab's aber vergessen, deswegen hab ich voll Milch angekauft. Den weiß auch nicht. Den hab ich wieder zum Kleinschen gedurfen. Mmh, ich glaub ich grade ein bisschen aufgeregt auch im Video. Ich weiß auch nicht, irgendwie so ein bisschen, bl 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 bl, weiß ich nicht. Vielleicht aber heute schnell fertig werden hier. Ähm, dann hab ich mir fünfmal, fünfmal, Digga, fünf fuckingmal, das war auch im Angebot, hab ich mir fünfmal, Landliebe Joghurt Sahne geholt Sahne Pudding In der Schokoladenform Natürlich auch wieder Das ist halt auch übelst alte Kindheit Bei mir gewesen Und das ist halt auch ein übelst cremiger Joghurt Ich weiß halt nicht wie die das hinbekommen Da so viel Sahne runter zu heben Auf jeden Fall gute, gute Qualität Kann man sich sehr, sehr gut geben Der ganze Tisch ist voll Dann habe ich mir Milbonner Fettarmer Joghurt geholt Wie lange geht mir das schon das Video Geht einigermaßen Wir sind heute ganz gut in der Zeit Habe ich mir Fettarmer Joghurt Erdbeeren geholt Von Milbonner Da denkt man sich so Erdbeeren ist auf jeden Fall Richtig gesund Und deswegen hat man sich den Joghurt gekauft Nein Quatsch, keine Ahnung Ist auf jeden Fall auch ein guter Zwischendurch-Snack So ein kleiner Joghurt Und ja Mal schauen, mal schauen Ich habe auf jeden Fall keine großen Erwartungen bei sowas Dass es jetzt hier nicht viel nach Erdbeeren schmeckt Das ist ja auch glaube ich jedem klar Dass da auch Aromen drin sind und so weiter Ja, dann habe ich mir Ei und Bacon Brotaufstrich von Chef Select geholt Mit deftigem Speck Habe ich mir letztes Mal auch geholt Bei War das bei Lidl? Ich glaube bei Lidl War das bei Aldi? Ja stimmt Ja stimmt, ich war letztes Mal bei allen Leuten Den Eikauf habe ich nämlich nicht hochgeladen Weil mir der nicht so gut gefallen hat Vom Commentary her Aber den werde ich auf jeden Fall jetzt hier hochladen Ja Habe ich mir auf jeden Fall schon mal geholt Und muss zugeben Übelst geil Mit Bacon Also den Bacon Brotschmack Der ist auf jeden Fall am Start Dann habe ich mir von Sonday Die Fake Oreos geholt Weil Sagen wir mal ehrlich Manchmal schmecke ich da kaum Unterschied draus Zwischen den originalen Oreo Und den Fake Oreos Es kommt den originalen schon ziemlich nah Muss man sagen Also die haben das schon sehr sehr gut gefakt Gut Und dann zum Schluss Leute Das ist das letzte aus meinem Einkauf Natürlich Was darf in jedem Haushalt nicht fehlen Und wo es bei mir immer sehr sehr krass mangelt Wenn ich irgendwie Cornflakes essen möchte Oder Spaghetti Carbonara Alles was mit Milch zu tun hat natürlich Deswegen habe ich mir Eins, zwei, dreimal Milch geholt Ich habe jetzt noch eine Packung Milch bei mir im Kühlschrank Also viermal Milch habe ich auf jeden Fall Das reicht für die ganzen Cornflakes denke ich mal aus Ja Und 3,5% Fett Ist auf jeden Fall die frische Milch Weil ich trinke halt keine haltbare Milch Die schmeckt halt wirklich wie Plurre Ja Und das war's dann Leute Das war's dann mit meinem Einkauf Alter Oh mein Gott Leute Oh mein Gott Ich trinke mal kurz einen Schluck Wasser Leute Boah Ist mir echt warm gerade Ey Ist mir echt gerade warm Und Sehr sehr viel Durst Hab ich auch wieder Wenn ich so viel geredet habe Leute muss ich erstmal was trinken So Das ist eine Joghurt rein zu pfeffern Jut Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten Leute Haut rein Bis zum nächsten Mal Euer Kai aus YouTube Tschüss 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 Vielen Dank.